und herzlich willkommen liebe leute zum nächsten video mit dem mox lp und den belgstoff brothers belgstoff brother ja eigentlich sind es aber brothers naja aber es ist ja nur die einzahl vorhanden wie so oft wie so oft naja martin fing da wieder an mit dem video aufnehmen und so nein schwarz ja renke und ich mit nbcrypt jetzt unterwegs ist er das hier er hat so ein ähnliches outfit naja renke ist schon da vorne und macht kids ich sitze hier noch hinten und gamme hier rum und nehmt flaggen ein oh guck mal ich hab trotzdem schon wen gefunden immer schön kontrolle behalten gucken wo die gegner sind das ist ganz wichtig deswegen sind es immer auf maximum wenn es geht weil kontrolle über den war einfach das wichtigste ist das stimmt und wenn er das so so etepetete sagt überlege ich gerade auch mal ob ich jetzt wieder mal langsam umskill weil ich glaube das wäre ganz schlau befreulich auch mit zehn senzeln spielen da war ich auch besser und bin ich nicht mehr so gut in der vorwärter sage ich ganz ehrlich mehr und so um die treffer der kuhl bis jedenfalls gehen glaube ich recht ausgeglichen war kaum kommt wieder rein man ist für das anscheinend dass man auf jeden Fall werde ich hier jetzt das und die spät einblenden das spät ist eh schon da jetzt ähm von scheiße es ist von Simon H ein Roy Soja Outfit ich wollte unbedingt auch mal in mein meine let's test Your Outfits wollte ich auch mal ein Roy Outfit reinbringen ja das ist fast scheiße Rinker was hast du für einen Kackserver hier der war gerade eben noch richtig gut aber wollen wir mal gleich Double Blasen ja Klo Klo ok ich habe aber gerade geblaset dann ich muss kurz einen Cut machen und ich wollte nicht dass ich dich irgendwie wieder unterbrechen ok Rinker ready ja kommst du bist so vorne da ja ich bin nur Heidi 3 ja ok 3 2 1 ja auch ich habe ein in Kalins und ich nüch auf Kalki alle Leute immer schon auf meinen Kanal kommen mehr genau bei Rinker war jetzt gerade ein APK bei mir nicht so in Grünchen lässt Kirstie 2 wo man das ist nicht fertig ich hoffe du hast nicht gelöst hat nein ready hier der Sorka wo es so ist so was ganz anders nein nein warte ready ja 3 2 1 bebläst und renkert ihn wieder ich bin einfach der Boss Orenke du seid aufhören zu hacken ich weiß die ganze Zeit schon der hat mich schon die ganze Runde davor als Hacker bezeichnet aber ich bin kein Hacker jetzt euch verwirrt also Leute ihr habt das Outfit gesehen ist schon längst wieder verschwunden von eurem Bildschirm ah jetzt sterb ich sogar bist tot? ja ich bin gestorben die sind alle auf einmal hinter mir respawned er war ja auch klar und dann ihr Leute hier dieser Watch Out Gunner den afkar kennen wir die ganze Zeit aber wenn er da afkar rumsteht ist es ganz einfach seine Schuld sollte man niemals machen Leute und wenn ja dann darf man sich auch nicht beklagen ja auf jeden Fall war Soul Outfit ich find's ganz cool er hat Muscles geschrieben ich hab die anderen Muscles reingenommen Max hat ihm einfach widersprochen und die Nader hat sogar getroffen und weil er nicht zwei Kette geschrieben hat habe ich einfach auch noch meine Kette ergänzt und hier jetzt Single Snap das war schon die Runde what the fuck wollen wir jetzt nochmal einen anderen Server nehmen genau wartet ich rede noch ganz kurz aus wir müssen eh noch die Dings angucken ähm ich das ist ein letzter Test ihr werdet schon bemerkt haben Smell Hack es schmeckt Hack ähm die Runde war jetzt scheiße Renko und ich geh jetzt auch nochmal auf den anderen Server und dann geht's da gleich weiter und dann kommt halt nochmal ein bisschen was wenigstens oh yeah ähm warte Smell heißt riechen ich weiß du hast schmeckt gesagt echt? ja taste heißt schmeckt okay yeah who is on the top who is on the top oh nein Spaß okay Leute bis gleich wir suchen einen neuen Server ciao äh ich weiß nicht es leuchtet nichts rotes ich hoffe mal es nimmt auf ja warte ich guck ich guck ganz kurz ach das glaube ich ja es ist was es nimmt auf okay ähm also Leute wir sind wieder da David ist mit dabei also jetzt aka Captain Ice genau hey lol Renko weißt du was what up bei Royals hab ich auch diese diese Lebensbiker bei den Gegnern bei Nationals nicht warte das check ich nicht Renko ja was los David ich hab deine Montage gedisliked ja ja das ist cool ich weiß Renko warum warum lügst du hä warum ich guck das nicht oh das war eh nur ein Spaß von ihm ja 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 aber ich freue mich alleine schon wenn er Montage gesehen hat weil das schon ein View mehr ist ha nein ich oh scheiße der Buschnegger fuck man ich wusste Alter du hast 5 1 sieger im Null dein scheiß Mann dass du überhaupt einen Server um diese Uhrzeit findet der voll ist ja hey Gamefinder for the win du musst einfach nur gucken Server Browser das riecht gut ach ja stimmt endlich mal was usevolles von EA wie lang hast du nicht mehr gespielt ich vor zwei Wochen waren es zwei Monate jawohl Mission completed und jetzt spielst du gerade wieder so nach so langer Zeit ja Genki du bist so ein Stealer Noob ne ja du bist so ein Arschloch du weißt was ich meine oder ja wie viel jetzt hast du gemacht ein Busch du meinst Busch Neger ne ich weiß nicht wie der hieß jetzt wurde ich gesniped ich hab jetzt schon keinen Bock mehr ich mache den ganzen Schaden und du machst einfach nur einen Pistol Shot wahrscheinlich ey äh bin ich nicht mehr so leise weil früher war ich in den Videos immer richtig leise ne hier du bist laut so ich will wenigstens jetzt hier ein der Luffy-San genau la 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 auf jeden Fall immer Luffy kam David war mit im alten NB-Satz Luffy-Sensei Luffy-Sensei und ihr könnt mir in die Kommentare schreiben ob ihr mal wieder klar mussten wollt weil Max Leon Johannes Renko und ich haben überlegt ob wir mal wieder so einen alten NB-War machen wollen und wenn wir wenn David Lust hat vielleicht weiß ich nicht kann er auch mit ja ja natürlich weil eigentlich ist er auch nein er ist nicht beim ganz alten NB aber beim relativ alten NB können wir achso ja ja ich war eh fünfter beim NB-War oder so ja du Renko Max ja genau naja also wir waren ja fünf Grundnämmer du warst dann sechster Achso Puller genau ne Puller war gar nicht da nicht Lenny? ne 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 du warst du warst schon nach den Grundnämmern warst du der erste ja Leute die Grundnämmer waren Leon, Johannes, Max, Max und ich ich kann mich noch erinnern beim ersten Mal ja ich hab es nicht geschafft ups sorry du weißt auch noch warum äh weil ich schlecht war oder weil ich nicht so nett war keine Ahnung weil du gepaddet hast ich hab gepaddet Leute ja jetzt könnt ihr alles David hatte gepaddet und deswegen haben wir ihn dann nicht in den Klagen gelassen beim ersten Mal als er weiter dann hat er nach ein paar Monaten nochmal und dann hat er nicht mehr gepaddet bis dahin und dann ja Max hat auch gepaddet ich hab niemals gepaddet Alter jetzt fang ich wieder mit diesem Scheiß an das ist Kindergarten von vor zwei Jahren ich weiß ich hab nicht gewachsen mein Junge ich hab eins wieder ich muss jetzt noch ganz kurze Sachen sagen also ihr könnt mal in die Kommentare schreiben ob ihr mal sowas sehen wollt bist du aufge... hä? das käme doch nicht vorbei ja ja aber bald hallo hallo everything's alright alter gut er wurde gekriegt ähm wie sieht denn aus wie Johannes ja dann schreibt mir kaum ein Tag ab ihr seid mich würdest freuen wenn ihr das sagt und Leute ich weiß nicht ob ich das jetzt schon mal in dem LP gesagt hab aber ein Video auf Noobbusters also erstmal haben wir jetzt 1000 Abos bei Noobbusters obwohl der ewig schon inaktiv ist und zweitens ah ich bin so schlecht hab ich dich schon wieder hier da er hat auch mit dem Scheiß Dings reingepackt hat er auch gearbeitet ähm ja aber das wollte ich nicht ich wollte nur bis General nee bis C spielen bis Private C und dann war ich plötzlich C, V, I ja und Prozent und ein Video von uns ein Wort 23 Tonn Videos äh Klicks meine ich das ist so krank das ist doch mit Johannes oder also ja Johannes hier lang hä? Achso da wollt ihr lang Oh ich hab laske gemacht müsst ihr genau erklärt Nate 0-0 Victory 3 2 1 es geht wir sagen wir mal sagen ich war so schlecht Leute J.J. J.T. hat eine Rekordet ich hab's auch Rekordet Mission completed okay Leute Naas Korbort noch kurz zeigen Max ja ja deswegen ich hätte ja immer gleich mal 3 5 wegmachen ne ja ich zeig's euch schon Leute 13 5 hab ich hier ne ja 13 ja ja gib an Renke Renke hier David hat 4 1 auch gut gemacht okay Leute ich hoffe es hat euch gefallen hört nicht auf diese beiden Scheißerchen es war schlecht das stimmt ich hab aber fast genauso viele Punkte wie Renke hoffe es hat euch gefallen Leute zockt ihr bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss Freunde mit dem von und immer Phillips rot Vielen Dank.